Halli Hallöchen liebe Zuschauer hier ist wieder euer Hadi und hier ist wieder SteamWorldsDick In der letzten Folge haben wir ja verbesserten Fallabfederungszeugs gefunden Könnte man das so sagen ja und sind da unten auf was ganz tolles gestoßen nämlich irgendwie so ein Metallding Und da werden wir jetzt auch gleich hingehen und werden das in dieser Folge ein bisschen erkunden Aber erstmal gehen wir shoppen was hat er denn ich glaube der hat gar nicht mehr so viel Zeug Zerstörer Pickel Da machen wir ein bisschen mehr Schaden an Gegnern ne ich will aber erstmal die Upgrades halt zum Buddeln Ja 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 ähm Superbeutel das klingt auch super mehr Platz ist immer gut und hier verbesserte Hydraulik Weniger Wasserverbrauch beim Bohren das hätten wir uns vielleicht mal zuerst kaufen sollen aber da sollten wir vielleicht dann beim nächsten Mal Zugreifen so äh Platin Pickel ja auf jeden Fall Und den Bohr Umar muss man es auch noch irgendwie leisten Wir haben ja einen Eingang freigeschaltet hier links und da können wir auch direkt wieder zurück durchgehen Was ist das für eine blöde Kuh Na komm her ist direkt gefistet Blödart So Ähm hopp hier mal runter Oh da ist auch Erz wieder Was ist denn das alles hier Topas okay Ist auch noch Erze Uran ja Wir brauchen definitiv eine bessere Picke so wie ich das sehe Guck mal können wir hier Ach guck mal da kann man mit einem Schlag halt Ach das wächst wieder zu Kurios Also wirklich kurios dieses Zeug hier unten Mal hier Oh das sind schon zwei Und halt aber gut was raus die Jungs Hä Oh das kommt wieder überall raus Ne dann leihen wir mal lieber hier auf der linken Seite Roborauten Klasse Aber können wir nicht Zumindest eine konnten wir erledigen Höh Was Selbstzerstörungskackviecher Was ist denn da los Unser Leben ist schon wieder Ja Art gebeutelt Sagen wir es mal so Was haben wir denn in der Tasche 426 Ich weiß gar nicht reicht das 114 haben wir noch Das wird auf jeden Fall reichen Um uns Da eine Verbesserung zu kaufen Wir gucken noch mal eben hier rein In der Hoffnung dass jetzt keine Viecher sind Nö Besser was Wir bohren uns mal eben hier ein bisschen durch Vielleicht finden wir noch ein zwei Erze Und dann gehen wir mal nach oben Und eben verkaufen Ach guck mal Das war kein Erz Aber auch gut Da haben wir noch ein Erz Zack Naja nochmal 39 Tacken Haben wir hier unten irgendwas Man sieht ja halt auch nichts Was da unten los ist Ist hier so ein Lasertyp Ich würde aber sagen Guck mal Da links ist Leben Hm Vielleicht hier Ist auch nichts Hm Ich will halt nicht unbedingt jetzt hier irgendwo reinrennen Und dann äh Verwecken Naja Ich würde sagen Guck mal Da unten ist noch ein Erz Das holen wir uns nochmal eben Da kommen wir gar nicht dran Nimm mal Das hier Dann stellen wir uns hier mal einen Teleporter hin Zack Komm schnell hin Oh Ja Jetzt habe ich uns eine Leiter hier hingestellt Naja Das braucht Äh Guck mal Hier ist doch eigentlich guter Platz So Liebe Dorosie Nimm mir meine Erze ab Gib mir deinen Knaster Zack Oh Level ab Flinke Picke Ah Aber als erstes Möchte ich Gesundheit haben So Und einen neuen Teleporter Und was hat der Discount-Onkel jetzt Platipicke Flinke Picke 20% zu Picken-Tempo Oh Dicke Rüstung Supertangle Ja mehr Leben ist eigentlich auch geil Aber verbesserte Hydraulik Möchten wir erstmal haben Das ist wieder Ja scheuer das halt jetzt alles ist Ne Kann man gar nicht mehr nach Mit Upgrades kaufen So Oh Die machen die Blöcke kaputt Oh Mann Ja jetzt brauchen wir auf jeden Fall Äh Als nächstes eine bessere Picke Weil es geht gar nicht mehr hier Oh guck mal Das ist ja so ein Harakiri-Fat-Skill Was macht man denn gegen die Weglaufen Bööööö Die sind doch irre Aber da links ist auch eine Hülle Da gehen wir mal rein Aua 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 Achso hier ist die Hülle doch schon Ähm Ach ich verstehe Passt auf Nein Hopp Wenn man nämlich dann springt Wird es wieder hergestellt Ähm Das ist aber kompliziert Ich glaube wir werden nicht sterben Aua Aua Kreuzfeuer Ja das war so klar Boah was ist das denn Nee Oh Gott Na ja auch ein neues Also irgendwie Dann ist er eigentlich nur Dass ich das wieder herstellt Genau Aber es geht halt da durch Was ist das Problem Ja Ja wir haben ja nicht viele Ärzte Oder generell was zu verlieren Das ist das ja Mal gucken können wir hier Ein bisschen Leben nochmal kaputt hacken So nee es gab feuer toll Komm mach mal hier Wir gehen immer wieder Mich gefällig so sau Aber wir könnten Pass auf Wir teasen den mal ein bisschen Haha Geschafft Würde ich mal einfach sagen Das war aber auch eine schwere Geburt Jetzt möchte ich hier Gute Belohnung haben bitte Naja Rotgold Beryllium Ist ja jetzt alles nicht so der Burner Dafür bin ich jetzt zweimal gestorben Weißt du Ja gut Da gibt es noch ein paar Blaue Kühlchen Aber 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 Berauschend Nochmal Rotgold Nochmal Rotgold Naja Der Burner ist es nicht Aber Besser als nichts Dann wenigstens nochmal so Komm Fünf Kügelchen Naja Zack Schnell Das die mich nicht erwischen Die Kollegen Und dann wieder raus hier Okay Uah Harakiri Viecher Hallo Hier oben Dann nehmen wir den einfachen Weg Dreck Viecher So Kommt man den auch ausscheidenden Kollegen Äh Den gehen wir hier runter Aber guck mal wie oft Die fiefische Da drauf hatten Ist Uah Was ist hier los Oh hier Eins Hier müssen wir rein Gott sei Dank Energie Ja das wird ja richtig Richtig schwer Mittlerweile Boah Habt mal Da ist Licht noch Wär es mal Leben gewesen Aber die müssen wir irgendwie lernen Auszutricksen Pass auf So Da geht es nicht weiter Die sind ja echt mies die Viecher Ähm hier oben geht es nicht weiter Aber hier vielleicht Pass auf Ach verdammt so nah dran Egal gab es ein Leben Welchen Weg nehmen wir Oh da oben Möchte ich unbedingt hin Höh Haha So Können wir uns ein bisschen auffüllen Hier vom Leben Zumindest Uh 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 Das ist aber schwierig Komm her Weg mit dir Nochmal mit der Faust Da oben rein Und zwar richtig Ein abfeuern So und was gibt es hier oben jetzt Ach da gibt es wieder Ah die Blutzdinger Weiß gar nicht warum wir da rein sollten Ich mach erstmal den Zombie kaputt Oh neufigkeit Mineraldetektor Ach guck mal Auf der Map werden uns Mineralien angezeigt Wie cool ist das denn So Hier unten Mastig Mineralien Dann würde ich doch einfach mal sagen Wir hacken uns ja hier hat ein Wolf Na geht das nicht Mit dem Bauer schneller Naja viel schneller auch nicht Aber ein bisschen wenigstens Alles wird nehmen was nicht mit und nagelfest wird Mineralien Klektor ist natürlich eine super schöne Sache Gerade wenn man Äh Aber da kommen wir nicht dran Warum ist denn da überhaupt ein Erz Wenn man da nicht drankommt Da ist ja Metallkümmerung Naja Was sind das für Laser da Okay Und jetzt noch Wasser Ich glaube durch die Laser dürfen wir Nicht durch Ich befürchte es aber Ich versuche es mal Ne kommen wir auch gar nicht durch Vielleicht wenn wir blinken Ne Dann wissen wir irgendwie Kann man das vielleicht anbohren Abschalten Da ist ein Generator da unten Seht ihr das Vielleicht muss man den erstmal abschalten Ist aber auch fies Komm mach aus So Schön Zack Setz die Erkundung fort Das heißt Dann müssen wir wieder zurück Und die Erkundung fortsetzen Die komme ich von da oben hin Gar nicht oder was Naja Okay Wir müssen also Was Tiefer in die Tiefen Wie viel Kohle haben wir denn 559 Das reicht mir noch nicht ganz Was sind das für komische Dinger hier Ach das sind wahrscheinlich Blöcke Die runterfallen Zack Ja wir hacken uns hier gerade einen Wolf ab Ähm wir nehmen nochmal ein bisschen Erze mit Machen uns die Taschen voll Wir sehen ja jetzt wo die Erze sind Und dann gehen wir verkaufen Und holen uns das Upgrade Ich glaube aber der kommt runter gefallen Ja Gar nicht mal so nett Ähm wo haben wir denn noch Erze Die sind jetzt alle so weit weg die Erze Wir hacken schon sechsmal auf dem Block Bis er kaputt geht Das gibt's doch nicht Können wir den Bohrer nochmal rausholen Achso das war die Faust Ähm Da haben wir Erze Das ist schön Der Harakiri-Piecher So geht's auch So Leben Harter Stein Sehr harter Stein Und da unten müssen wir schon elfmal boben Das gibt's doch nicht Und mit der Hacke siebenmal schlagen Ist ja unfassbar Telefon Telefon Sag ich schon Teleporter haben wir aber dabei Soweit ich weiß Na gut Wir gucken nochmal eben hier Nehmen Ja Nehmen wir Den teasen wir nochmal an Dann würde ich sagen Nehmen wir uns das Erz nochmal mit Denn wir sind aber schon wieder Am folgenden Ende Und das heißt für uns Wir gehen nach oben Dafür haben wir Teleporter Ja komm wir stellen die Wo ist das Naja Ja Timer Ich weiß Bescheid Teleporter Hinstellen So geht's Liebe Doris Wir verkaufen nochmal eben Vielleicht haben wir auch noch ein Level ab Und in der nächsten Folge Gehen wir weiter nach unten Und erkunden Und erkunden Und erkunden Wobei ich mich immer noch frage Wo das denn hinführen soll Oh Dandy Der Kleine Nette Roboter Mit dem Schnurrbart Ist eingezogen In Hamilton Wir gucken mal eben Ja in der nächsten Folge geht es weiter nach unten Wir schauen aber dann erstmal Wer ist eigentlich dieser Dandy Und grayen unsere Spitzsacke ab Also bis zur nächsten Folge Euer Hardy Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal.